Hallo und Willkommen auf Folge 4 für GTA 5. Und zwar, ich bin jetzt hier zu dieser Gegner-Modus-Serie gefahren. Ich wollte euch die Strecke jetzt nicht zugucken lassen. Weil das uns zu lange gedauert hätte von der Strecke her. Und ich nehme hier jetzt gleich teil. Angewahrten ist ja auch nicht so, das war... So, ich hoffe da tretet jemand bei. Das hier ist ein richtig geiles Gang. Meinetwegen kriegen wir einmal gewinnen. Dann auf Einstellungen und suchen lassen. Ich hoffe da treten gleich Leute bei. Ich hoffe das klappt. Na los, trittet schon mal. Wenigstens einer, das würde auch schon reichen. Und dann... ... ... ... ... ... ... Mal rein! Dann mal mal ein lass reden bitte. Das ist ein total geiles Rennen, ne? Jawohl, einer geht schon. Super, noch nur ein Sack kommt rein. Passt doch. Gut, dann würde ich das starten. Zwei reichen für den Anfang. Sonst dauert es noch länger. Das muss auch nicht sein. Da würde es auch schon begetreten, nicht? Okay, mal wieder eine der Überraschungen in der GTA. Gucken wir mal an der Hausse. Okay. Gut, gleich los. Okay. 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 Das hat sich der einen Weg veröffnet. Das ist das ein bisschen passiert. Das ist so schön. Ich hätte das hier und das hier. Soll auch vorkommen, ist ja ein Spiel. Soll es nicht so gut, ist ja ein Spiel. 1, 2, okay. Aha, hab schon gewonnen. Alles ging ja schnell. Okay. Auch nicht richtig. Das ist nichts. So, dann würde ich hier auf jeden Fall zum Freudenbonus erstmal wechseln. Oh, gut, ich steck auf mein Auto von den. Oh, gut. Ich bin jetzt gut mit meinem Gehen so far. Das ist ein Wachstum. Ja, hier links. Ich werde ruhig gleich mal in der Hand sein, wenn meine Banken aufhören. Könnte das auch schon mal hören. Es gibt ja doch vielleicht einen Punkt, ob ich den Seite habe. Und zwar schon am Anfang. Spielen lassen? Oh, dann kommt meine Kollege. Ach so, jetzt habe ich ihn ja auch. Ach okay. Das war nicht geplant. Oh Gott. Oh Gott. Ja, doch sonst funktioniert das nicht. Ich bin doch schon mal in der Kasse. Ach so. Höhe. Okay. Ich bin jetzt nicht hin. Der Link da war. Na gut. Na sieht doch schon aus. Ich bin da ohne Geld raus. Ich bin ja da ohne Geld raus, Land. Er hat zehn Jahre alt. All I can't go on. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020